Was hat er gesagt? Ein Hase. Ein Hase, ey. Ich guck mir ein Hase, ne? Wie willst du den... Ähm, hab ich da irgendwie ein Zombie hinter mir? Kann das angehen, dass der irgendwie auf mich abfährt? Keine Ahnung, dann wird der so komischen Geräusche machen. Nee, Dose, die normalen Magazine kann ich abschießen, bloß das ist halt kein... Was ist denn jetzt schon wieder? Hallo? Leg dich hin, leg dich hin. Wie denn, Alter? Was ist denn das für ein verfickter... ...Zombie, ey? Alter, der... Scheiße, der killt mich doch, die Sau, ey. Abboard, mach Abboard, Junge. Was Abboard, dann bin ich tot, Mann. Der leckt die Sau. Bandage, Bandage. Ich brauch'n Sunny. Ich brauch'n Sunny. Ey, ich seh dich nicht. Der Zombie hat voll geleckt. Warte, warte, ich hab noch 9800 Blut. Warte, warte. Ruhig durchatmen. Wo bist du denn unten? Ich bin jetzt. Ich bin jetzt hier, ich sehe so eine Baumfarm. Sieht aus wie Apfelbäume. Da unten bist du schon? Ja. Ich seh' ich auch. Also du bist ziemlich weit, äh... Ja, an der Küste halt runtergegangen. Ich bin noch nicht an der Küste, ich bin noch so'n Haus. Ja, ziemlich weit da in der Nähe vom Jägerstand bist du denn. Ja, ich lock mich einfach hier jetzt aus. Lass mal.